1 2 2 4 4 5 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 6 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 13 14 15 15 15 10 13 14 14 14 Das hat er mir zuerst nicht da angezeigt. Heute das war nicht der. Nein, ich hab dir gesagt das ist nicht der. Da hab ich nicht gewohnt, warum du jetzt reingegangen bist. Hast du jetzt vielleicht gedacht, er schaut auf die andere Seite oder so? Nein, ich dachte das ist der. Nein. Es ist eigentlich nicht schwer, aber trotzdem ist es irgendwie. Das heißt man kann von der Seite auch gleich gehen. Ja sicher, da rechts drüben ist das Gebäude. Okay, gehen wir mal so. Ja gut, dann machen wir das Office fertig und das andere Office, oder? Leute. Gut, jetzt schon. Du bist sehr gut. Machen wir jetzt erst die Office so wie ich es vorhin und dann? Ja. Ich hab jetzt schon beide Arme rot, oder? Der hat mich ordentlich gewischt. Wenn Du gut wirst, zählenst du dir. Du kaltest. Uwe! Hörst du faszin. Tauch. Ich bin in der Anlage für die Ereignisse. Darbster mit dem Team! Wir fass uns. Wachst du? Der Trailer wird von dir. Alles in Ordnung? Das ist Tauch. Dann Dom, die Strecke gezwert. Die Medizierte reagieren. Nein, gut. Anderes hat er. Gut. Dann die Anderes hat er. Jetzt geht er auf den Pfeffer. Wir haben einen. Schön, schön. Ich komme in der Küche. Servus. Aber jetzt ist keiner draußen. Lass mich bei mir freuen. War auch keiner draußen. War nur da einer in dem Raum jetzt, aber sonst war auch keiner. Gut. Ist gleich da weiter? Ja, wenn wir schon da sind. Bringst du irgendwas? Ja. Boah. Hier oben, hinter dir auch. Oh, unten. Unten, glaube ich. Mittig unten. Er hat einen Hit schon. Aber er ist wieder hinter den... ...gegangen. Das sehe ich hier nicht so gut. Komm da noch mal hin. Ja, gar nicht. Ich glaube, das habe ich. Ja. Komm wieder zurück. Entry Team zu sprechen. Wir haben einen totten Suspekt hier. Talk to Entry Team. Copy that Entry Team. Notifying Morg. Von vorne hin, gut? Wie von vorne? Von vorne. Von da. Von front of us. Wow. Hast du ihn? Ich glaube nicht. Wir hätten uns viel abgenommen. Ganz drüben ist auch einer auf der anderen Seite. Da drüben liegt jetzt einer tot. Also ich weiß nicht, ob das der ist. Rechts müssen wir auch drauf aufpassen. Ja. Wir haben noch einen Schlager. Mhm. Oha. Man hat einen anderen Seite. Auf jeden Fall. So wie wir immer gesagt haben. Ich sehe ihn aber nicht. Ah, oh ja. Auf der Treppe oben. Ja schon. Unten ist. Und zwar. Ich komme da nicht weg. So. Wolle ich da rechts rausgehen. Ich glaube ich habe an. Ich probiere die Treppen zu nehmen. Ja. Rüber. Talk to Entry Team. Copy. Get down. Hands up now. Drop to your n****. Get down. I wanna see hands. Hands on your head. Do it now. Do it now. Do it now. Da ist noch einer. Da war einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist auch tot. Gehen wir jetzt ins Drinnen weiter? Ich habe nicht mehr eineinhalb Magazine mehr. Ja. Genau vor mir. Nach rechts weg. Oh. Jetzt hat er mich durch. Verdammt. Ich sage. Das ist tricky. Auf dem es so viele Hindernisse gibt. Beim Pindeln aufs Hängen. Und weißt du was ich mir gedacht habe. Ob ich nicht außen und runden soll. Das war. Woah. Machen wir verstecken das richtig schon, Ork? Ja. Wir haben jetzt keinen Wuchs gemacht. Und jetzt geht das so los drüber. Das heißt, spielt das so gut, dann bleibt er auf der Treppe bestimmt. Aber ich hätte jetzt fast eh nicht gesehen. Ich weiß, es muss noch immer irgendwo welche sein, oder? Zivilisten auch. Eugen Gomez ist noch nicht gefunden. Eugen Gomez? Den habe ich gerade verhaftet, oder? Nein. Steht läuft. Ah, okay, das hat es nicht aktualisiert, sorry. Okay, der fiese Agent ist fehlgeschlagen. Ja, den haben wir geschlossen. Also du bist eigentlich. Dann haben wir beim Bomben gemacht. Sorry. Macht ja nichts. Wie gesagt, schauen wir mal, dass wir die Missionen schaffen. Und dann kann man sich noch immer... Dann kann man sich noch immer schauen, dass man sich auf die ganzen Hauptaufgaben... Mhm. Ich bin halt jetzt schon... Wenn mich einer trifft, bin ich jetzt schon wie betäubt. ... Engeres Sichtfeld. Oh. Oh. Erlebt sie noch. Viele dürfen sie mal an. Zivilisten sind es halt auch noch. Gut. Bevor ich mal die ganzen Gegner habe, dann... Ich habe das Laufen. Ich glaube ich muss die Musik auch ausstellen. Ich bin ziemlich laut gerade. Oh, dann bist du das. Keine Schritte. Ich kann dann jetzt nur mal wirklich Schüsse abgeben, wenn ich 100% sicher bin, dass ich ihn eintrifft. Und da ist er. Ist ja gar nichts mehr. Das sieht man gar nichts. Wenn man auf deine Kamera schaut. Eh klar. Kamera. Was wo wohin ist? Hört sich nach links. Ah, genau. Stark. Gezielte Schüsse. Geisel fehlt noch. Das war der letzte Gegner. Uuuuh. So, von lassen wir mal kommen. Oben warst du, gell? Nein. Was? Was ist das? Wie ist das? Was 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 ist das? Ich bin mir dran. Was ist das? Ich muss übergehen, wir haben einen Individuen in Kustodien. Im Entkommensiv. Die Kräuter sind auf der Strecke. Die Trailer sind in der Straße. aber es ist spielerisch die harte mission aber eigentlich du hast zu viele offene flächen was du hast eigentlich auch viel deckung durchkommen bist du auch an das nicht stimmt ich bin auch bis jetzt immer gestorben so ist es auch zivilist auch dumm dass man den toten quasi fixieren muss noch da war nicht das ist der von der treppe runterkommen dass er noch nicht geschossen hat wahrscheinlich was denn mit der blauen ja